Yo, Hi Leute, hier ist euer Mr.Gunsch, mein Name ist Rafael und willkommen zu einer neuen Aktivier-Folge. Und mit dabei ist auch der Black Channel. Servus. Und ja, ich habe mir auch einen neuen Mikro gekauft, vielleicht sieht man es hier rechts oder links, je nachdem in welcher Perspektive man es sieht. Ja, ich habe mir dieses Rudem oder Rudem, oder Rudem Rode, Rode, ach dieser Name, ey, ganz ehrlich. Ja, das ist echt dumm. Ja, genau, hab mir ein Mikrofon gekauft, ist eigentlich ziemlich gut. Nur halt dieses verfickte Stativ, was ich hier habe, das was es halten soll, ist im Fall behindert einfach. das rutscht man diese beine die sind nicht so passiert und da kommt ein spiel ja ich hoffe dass die sonne also die qualität von der stimme herrn etwas besser ist als sonst aber ich glaube schon eigentlich wenn man schon so viel dafür hat dann muss es schon besser sein und ich habe auch noch facecam an gemacht also mit facecam ist glaube ich etwas besser genau unterhaltsamer so und vielleicht möchtest du etwas über dich sagen über mich gibt es ja nicht viel zu sagen eigentlich abgesehen davon damit ich öfters mal mit den live stream machen beziehungsweise zweimal bisher ja ich habe ja ich mache auch am donnerstag und freitag live stream genau das video ist ist dann ist ja ich habe nicht dazu noch ein video gemacht aber ist halt kein lustig sondern ein mit den zwei live stream und da kann dann auch jeder mitmachen wer möchte und ein ts server habe ich ja auch genau und am samstag mache ich noch ein lustig leisten das muss noch ankündigen mit mir ja wenn du da bist und ab 12 uhr fange ich an ich will die quest zu ende machen ja 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 nein genau irgendwie hat jetzt irgendwie ähm 84 voll an bedeutung verloren finde ich aber ich habe heute 1000 ruft verloren wo ich wo ich verreckt bin du verlierst immer 1000 ruft wenn du verreckst ja ich habe 1048 waren das das war echt viel zu viel an ruf verloren aber ich muss jetzt von mich ein bisschen andersrum setzen hier ist aber gar keiner aber davon abgesehen damit jetzt rufen sowieso so gesagt wertlos ist und keine bedeutung mehr hat ob du jetzt elite bist oder nicht weil es nicht mehr ganz so schwer zu erreichen ist ja dann kannst du irgendwie kaufen oder so nähe wenn du alle thema und diese münzen davon also bei dem gibt es ja 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 da bekommst du dann so eine ruf boxen da wird jetzt auch auf 20 boxen jeweils sparen und dann auch mal so ein opening machen oder so ah ok ja so eine legendäre box ist ja relativ geil wenn du dann so eine bekommst ja ja klar du kannst ich weiß gar nicht ich will jetzt nicht lügen aber bist du bis über 100k hochziehen oder ich weiß genau ich weiß 50k oder 30k 30k glaube ich war das maximum 15k hatte ich bisher das war mein höchstes das war ja 6 oder ich weiß gar nicht ich habe hier gerade so eine box ich kann mal gucken ich glaube das war ein antiker war es ja aber nicht sicher genau ich möchte noch was ansprechen wie ihr seht habe ich bin ich schon ja ich bin 91 habe schon 85,33 prozent im level und mir fehlt dann nur noch 16,67 prozent dann bin ich level 92 und wie ich vorhin gesagt habe ich möchte gerne die quest beenden weil dann gehört man um die 40 30 prozent an level und das ist ziemlich viel und das möchte dann am samstag beenden und wer möchte kann mir dann auch helfen mit Moral, BK-Buds und so weiter also ab 12 Uhr fängt der stream dann an ich will dazu noch eine externe noch ein externes video noch machen dazu noch machen ja genau wann das stadt um 12 uhr samstag 12 uhr fängt es an genau so und ich mache so lange bis ich die quest halt beendet habe genau dann wenn ich 93 bin dann kann ich halt hier ja ich habe viele segen wenn ich spiel wende wir wissen dass da mein equipment die beiden also wenn ich 93 bin wenn ich das alles sagen kann wenn ich hier zumindest im video ein bisschen umgestalten zumindest hier rechts ihr seht dazwischen diese zwei dgs wird dann mein equipment stehen und das wird sich immer so abwechselnd also man kann immer ein equipment sehen was ich so hatte auch die restliche schmuck und alles wird man dann sehen genau aber ich muss erstmal 93 kommen und dann werde ich das auch machen also ich glaube das interessiert eigentlich so gut wie jeden was equipment der youtuber so hat und man möchte es schon gerne immer sehen weil ich muss immer extra ein video machen und dann sehen das ein paar dann praktisch wieder welcher dann weiß er nicht welches videos ist mache ich wieder ein video das ist ein bisschen unnötig ich meine man könnte es ja auch in der beschreibung oder so könnte man möchte man nicht kann man alter ich mache plus 2000 ruf wenn ich einen kille was 2110 ruf also ich habe ja noch keine kille und minus 1079 ruf also ich habe gute 1000 ruf plus gemacht ja ok dann macht man wenn man killt bekommt man über 2000 ruf 50 ruf 60 ruf ich frage mir aber was ist mit cardioid auf sich hat weil da verliert man doch extrem ruf denn nicht ja wenn man bekommt ja ja aber du verlierst doch fast mehr sonde je nachdem wenn du low bist dann schon 80 bis 85 jahr verlieren nach was mehr als wir machen ja klar normal muss sein oder nein muss nicht sein aber ist ja natürlich ein bisschen scheiße das ist einfach dauer voll aber auch nur weil ich das komplette 90er equipment und alles noch drin hat ja deine pvp equip und alles ja also ich muss auch noch dieses neue pvp equipment noch holen hole ich mir dann wenn ich meinen boogie zurückhole hole ich mir zumindest hole ich mir dann diese zwei helme und maske oder was auch war die beiden hole ich mir sicher wissen muss der rest ist dazu ja mal sehen vielleicht muss mehr wörtchen ich bin auch total müde aber der tat auch gründe weiß gar nicht um 6 zu schlafen gegangen und älfe kam meine mutterin essen sonst hat ich natürlich wirklich gut jö allein lässt du dir nicht machen oder Was? Mittag? Nein. Alter, ich will nicht sterben von... Interessiert, was will ich von meinem Leben noch haben. Ja, du schon. Der schon. Ähm, ich seh ja gerade... Ja, also, also, jetzt zurück zu meinem Mikrofon. Ich hab hier noch ein Mischpult. Ist nicht das größte, also ich hab mir dazu gekauft, so ein Standard-Ding. Ähm, na, da kann man so ein bisschen so, die Qualität so ein bisschen so, 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 die Feineinstellungen kann man da so machen. Und, ja, ist halt nicht so einfach. Also irgendwie hört es sich immer gleich hin. Jo. Ach so, ich... Ich hab nichts bekommen, oder wie? So, ich hab 2.000 Ruf bekommen. 2.000, also müssen wir 100 Leute kennen, haben wir 200.000. Könnten uns schon mal dieses Ding da holen. Oh, fuck. Nein, ich möchte nicht sterben. Fuck! Jetzt sieht er wieder raus und dann will er mich jetzt füllen. Ich bin und überlegen mir... Ja, das Headset, ich weiß, ob ich das behalten soll. Warum nicht? Was das Problem ist an dem Headset ist, ich hab schon lange Haare. Ich hab grad nichts verstanden. Boah, es tut mir echt leid. Ich hab schon lange Haare. Also, ich hab lange Haare. Also, du weißt schon jetzt nicht so wie Mädchen, aber halt schon lange Haare. Ja, ich weiß. Und an den Seiten, gell, drückt jetzt voll meine Haare da ein und dann sind die so voll so wellig, so nach innen, so... Ich glaub, da ist doch ein Friseurbesuch. Nee, ich mach das extra so. Ich möcht extra so lange Haare haben. Ich mag kurze Haare gar nicht. Das steht mir gar nicht. Das sieht so schwul aus bei mir. Dafür kann ich nichts. Und deshalb mag ich lieber lange Haare. Man sieht's vielleicht nicht so, aber sie sind schon extrem lang. Also, ja, auch extrem nicht, aber sie sind schon etwas lang. Zumindest würde ich nur versuchen, um hinten das ein bisschen abzuschneiden, weil hinten hab ich so... Du weißt schon, es hat hinten da diese Haare. Nein, ich hab hinten auch Haare. Ja, nein. Hinten. Achso, hinten am Kopf. Im Nacken, meinst du? Ja, im Nacken, ja, genau. Die Haare, die sind da voll... Das sieht scheiße aus. Das muss ich wegmachen. Nein! Ich bin tot. Scheiße, ich hätte ihn fast gekillt. Er war eine Legende, glaub ich, oder? Scheiße. Leider... Leider... Leider nicht geschafft. Ich hab es nicht geschafft. Wie, was mit Legende? Ja, ja, Ruf Legende. Gibt's ja. Achso, ja, stimmt. Ja, ist ja der neue Ruf, ja. Ich dachte schon, jetzt gibt es schon eine A4 als du wieg, oder so. Achso, nee. Damit du dann halt eine Legende bist, wenn du sieben Leute gekillt hast, oder so. Ja, genau. Genau. Also nicht vom Ruf her, aber damit du dann immer mehr Ruf kriegst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, was der Beste hier sich für sich vorstellt. Der Kleine hier. Ja, Leute, ich hab auch noch heute, hab ich eine Spritze bekommen. Das hat voll wehgetan. Ich hab voll Auge bekommen. Nee, nee, also, das war so meine letzte Spritze. Ich muss leider dafür bezahlen, weil ich über 18 bin. Ich dachte mir, ja, auch die von mir aus zahle ich diese 50 Euro. Und, ähm, genau. Ja, ich muss dafür zählen. Ich hab eine Spritze bekommen. Ja, am Anfang hat's voll gejuckt. Es hat schon wehgetan am Anfang halt. Also, wo ich die Spritze bekommen habe, haben wir nicht. Weil die Nadel sind dann so dünn, das tut einfach nicht weh. Aber danach, wo es, ja, wo es dann fertig war. Mein Arm ist echt wehgetan. Es hat voll krass gejuckt. Ja, ich bin gespannt auf morgen, ob ich da morgen überhaupt etwas heben kann. In der Arbeit. So, Leute, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Und ich versuche aber noch einen zu killen. Bevor der... Was ist denn hier? Oh, lust. Schau mal, bekommt ihr sogar 38 Ruf und so. 38 Ruf. Nee, es war 33 die ganze Zeit. Wow, 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 wow. Hey, 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 als ich kam dann so ein neues Handy raus, so BB-Phone. kennst du das kennst du bb bb beauty palace ach soja bb mal meine ganz ehrlich die sky ich würde sie nur ficken und oh mein gott und dann ich bin so wenn ich bin doch gleich hier so bringen wir doch hier dinge aus oh mein gott also ganz schön von ganz von dann von das wird sich doch gar so wie kann dann dann von ok es ist was dann erstmal mit dem video ich hoffe euch hat es gefallen und vielleicht will der black channel noch etwas sagen eigentlich nicht viel außer bewerten und kommentieren vergessen ok das wollte ich sagen ja leute viel spaß am sachen lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten mal ja 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 ja